Ich muss mit dir reden. Ich mag diesen Gedanken nicht. Ein Essen zu viert. Einfach so. Zwei Ehepaare. Sag mir die Wahrheit. Alice, ich bin kurz davor, die Geduld zu verlieren. Also frage ich dich noch einmal in aller Ruhe. Was ist passiert? Was willst du? Dass ich so tue, als ob nichts wäre? Genau. Ich sage nicht, dass ich den Verhalten billige. Ich sage nur, dass ich es vorziehe, mich nicht in die Geschichten anderer einzumischen. Das ist alles. Scheiße, sie sind schon da. Ach Michelle, Alice wollte uns gerade was erzählen. Dann bleibt also nur die Lüge? Sagen wir, der Hang zum Geheimnis. Ihr widert mich an. Ja, ich gebe zu, ich hatte schon immer ein kleines Faible für meine Frau. Ich auch. Ich meine natürlich meine.